Hallo liebe Vorfreunde, 11.11 Uhr am 11.11 Uhr, das heißt Karnevalsanfang. Ich bin für euch einmal nach Damme gefahren und habe mir angeschaut, wie die Narren hier die fünfte Jahreszeit einläuten. Liebe Mehrinnen und Mehrren, wir schreiben den 11.11 Uhr und es ist 11.11 Uhr. Die Saison war gut, mit sehr viel Spannung und vieles, wo man sich nicht vorbereiten konnte, wo man spontan irgendwo stehen musste und was sagen musste. Ich sage einfach so, der Prinz ist eine ganz wichtige Sache am Karneval. Jede Kneipe, jedes Zelt, wenn wir einmal sehen, wer es ist, ist teilweise egal, aber es muss ein Prinz sein. Dies da durfte ich es machen und ich habe mich da sehr gefreut. Was geben Sie dem kommenden Prinzen mit auf den Weg? Ja, viel Freude, viel Zeit muss man mitnehmen. Ich hoffe auf die Gesundheit, das ist ganz wichtig. Schon seit dem Jahr 2000 zeigte ich mir hier am 11.11. im Rathaus Personen zu Ehrennerinnen oder zu Ehrennerren aus. Heils Wolfgang 16 ist unser Ehrenpresident Wolfgang Riemerich. booth. Wo ist dass wir in der nächsten Stunde kommen? Wo ist es? Ich kann ja nicht quen. Um es zu sehen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017